6 Nummer 1 Alben in Folge, das müssen wir auf der Zunge zergehen lassen. Über 4 Millionen verkauft die Tonträger und das sind Zahlen, davon kann man nur freuen. Hier sind Santiano. Wovon flüstern die Wellen? Wovon erzählt der Sturm? Wer war für unsere Heimkehr? Gehen wir auf See verloren? Woher stand der Ruf, der uns hinauslockt? Immer den Horizont entlang. Es ist kein Mensch auf Erden, der Antwort geben kann. Die Antwort weiß der Wind ganz allein, ganz allein. Die Antwort weiß der Wind ganz allein, ganz allein. Wir fragen seinen Namen, als wird er um uns klar hin. Die Antwort weiß der Wind ganz allein, ganz allein. Die Antwort weiß der Wind ganz allein, ganz allein. Auf alle unsere Fragen. Die Antwort weiß der Wind ganz allein. Wie weit müssen wir fahren, bis wir die Welt verstehen? Wo finden wir einst Frieden, zu Hause oder zur See? Wird uns diese Reise leicht belohnen? Oder kommen wir niemals an? Es ist kein Mensch auf Erden, der Antwort geben kann. Die Antwort weiß der Wind ganz allein, ganz allein. Die Antwort weiß der Wind ganz allein, ganz allein. Wir fragen seinen Namen, als wird er um uns klar hin. Die Antwort weiß der Wind ganz allein, ganz allein. Die Antwort weiß der Wind ganz allein, ganz allein. Auf alle unsere Fragen. Die Antwort weiß der Wind ganz allein. Ganz allein. Wir kommen mal zu euch rüber. Moin. Seid ihr weit weg? Mann, oh Mann. Ist das da eine Bar? Ja, möchtest du was trinken? Oder ihr? Ein Bier vielleicht? Ja, wäre ein Kölsch. Wenn ihr uns schon so fragt. Drei Bier ist das okay? Na klar. Ich danke. Nächstes Jahr, zehn Jahre. Nee, nee, nee. Das ist Jubiläumsjahr. Ach so, ihr macht jetzt schon die Jubiläumstourne gerade? Ja, nee. Die Tour machen wir nächstes Jahr, weil wir ja auch durch Corona sind wir ja alle ein bisschen aus dem Zeitrahmen geflogen. Aber eigentlich ist jetzt 22 ist zehn Jahre. 2012 sind wir. Und nächstes Jahr macht er, weil der Schnittsidee gehabt hat. Vielen Dank. Zehn Jahre, das Jubiläum ist dieses Jahr. Aber die Tournee dazu ist im nächsten Jahr 23 machen. Ganz genau. Irgendwas Besonderes da? Wo geht es überall hin? Naja, das Besondere ist, dass wir diesmal keine Hallentournee machen, sondern eine Open-Air-Tournee nächstes Jahr. Und Besonderes wird sein, dass wir natürlich ein Hit nach dem anderen abfeuern werden und richtig Gas geben wollen. Genau, wir werden erstmalig nicht irgendwie ein Motto haben, unter dem wir unterwegs sind, sondern ein Motto sind tatsächlich zehn Jahre. Da geht einmal die Musicbox auf und dann wird alles rausgehauen. Wir wollen diesmal auch keine schweren, großen Themen durch die Gegend tragen, außer uns selbst. Ja, genau. Wir machen... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.